. Der Holy Ground an Tag 2 des Festivals. Für die einen ist das hier einfach nur eine Schlammwüste, für die anderen eine Insel im Alltag. In Wacken treffen sich wieder Menschen aus allen möglichen Berufszweigen, die als Besucher oder aber auch als Kostümkünstler wie die Wasteland Warriors hier einfach das machen und ausleben, was sie sonst in ihrem Job und Alltag nicht können. Du hast ja Menschen jedes Couleurs, jedes Vergnügens an Musik, Leute, die herkommen zum Feiern und zum Trinken, Leute, die herkommen, um so viele Bands wie möglich zu sehen, Leute, die herkommen, mit uns irgendwie zu interagieren. Man schlüpft halt so ein bisschen in eine Rolle. Also ich sage immer, ich bin hier viel frecher, als ich sonst eigentlich bin. Das ist auch schon ein bisschen rauskommen und ein bisschen, ja, abgehen, abfeiern, nette Leute um einen rum haben und mal was anderes als Alltag. Man hat hier ein bisschen abseits von dem, was man sonst in seinem Alltag einfach hat. Also ich arbeite in einer sehr sterilen Umgebung, das ist glaube ich das komplette Gegenteil davon. Einfach komplett abschalten können, also einfach einmal über nichts nachdenken, nichts, was zu Hause ist, was einen belastet, nicht in einen anderen Urlaub, sondern einfach einmal sich treiben lassen. Von heute Mittag an fällt kein Regen mehr in Wacken. Die Flächen vor der Hauptbühne sind frisch befestigt. Die Stimmung, sie wird von Stunde zu Stunde besser. Endlich können sie alle hier die Musik auf den Bühnen genießen und in ihrer Wackenwelt zusammen feiern.